Seid ihr grüßt alle zusammen und herzlich willkommen zur 572. Folge vom Let's Play Onze 2 der Onibus Simulator mit mir auch Jürgen Rieser. Ich heiße euch herzlich willkommen von der neuen Tippelwochens fassen wir unterwegs auf der Karte Waldhofen in der aktuellsten Version. Wir fahren die Linie 590, sie führt uns vom Beißenbruch nach Albringhausen, alter Bahnhof, Fahrzeug dauert zwischen 30 bis 35 Minuten. Unser Fahrzeug ist der MAN SD202D90. Wir fahren im Drosspar wie Paint. Wir fahren zwischen 30 bis 35 Minuten und das Wetter ist durch. Wir fahren das Auto direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Das Auto 8. Und das Auto 47. Amtfort. Und das Auto. Das Auto. Und das Auto. Bild wird ein Video zum Experiment. Und das Auto. Das Auto. Bild wird ein Video zum Bild. Der Kamera. Das Auto. In der Kamera. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe auch vorbald wieder zu streamen. Ich habe hier auf dieser Karte keine Fahrpläne, aber ich weiß so ungefähr wie lang die Touren gehen. Es gibt insgesamt sechs Linien zu fahren. Ich erinnere mich schon in der ersten Staffel von Armstead 2 gezeigt. Das war die Linie 593 gewesen. Das war die Linie 593 gewesen. Das heißt, wir kommen auf insgesamt vier Folgen dran. Danach kommt die nächste Walthusen Karlsruhe, die in der Weste und das ist 2013. Das war die Linie 593 gewesen. Das war die Linie 593 gewesen. Und bei jedem Antillia, wo wir keine Fahrgäste mitmöchten. Das hört mich schon bei den anderen Linien genutzt zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, ich muss da lang, oder? Wiesenkamm. Wiesenstraße. Wiesenstraße? Ist es das? Doch, Wiesenstraße. Ich war falsch. Ja, aber ich war jetzt mit der falschen Richtung. Lass mich mal wenden. Total. Ich habe mich nicht mehr auf die neue Kirche, ich darf nicht sagen. Das kostet mir Spaß. Das war's für heute. Ich hoffe jetzt klarer Haus oder Albringhausen. Muss ich da auch noch mal gucken, was ist die nächste Stelle? Eine Straße, die ist da hinten, ne? Ne, auf der, hä? Bin ich da an der vorbeigefallen? Da ist die Straße auch da. Da kommt auf, muss auf der Ding kommen. Auf der, ja. Das ist doch richtig, haha. Wir müssen hier nicht kennen, die ist ein Pfeiler. Die haben aber heute einfach nur vergessen sie mich. Das ist ja richtig, das ist richtig, das ist richtig. Das ist ja wie immer. Das ist ja, das ist ja... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020